Zu aktueller Stunde findet in Magdeburg eine große Polizeimaßnahme gegen hunderte Schalke-Fans statt, denen das heutige Zweitligaspiel im Heinz-Krügel-Stadion verwehrt wurde. Der Verein Schalke 04 teilte selber kurz vor der Partie auf den sozialen Netzwerken folgendes mit, am Bahnhof Magdeburg-Herrenkrug läuft seit etwa einer Stunde eine Maßnahme der Bundespolizei. Geschätzt 350 bis 400 Schalker befinden sich aktuell in dieser Maßnahme. Ob sie rechtzeitig zu Spielbeginn im Stadion eintreffen werden, ist in diesem Moment offen. Der Verein bemüht sich um weitere Informationen und ein rechtzeitiges Eintreffen. Als Konsequenz daraus verzichteten andere Fanclubs und Einzelpersonen, die es ins Stadion geschafft hatten, auch auf das Anhängen ihrer Zaunfahnen vor Ort. Den Grund für die Identitätsfeststellung des Schalker Szenehaufens rund um Ultras Gelsenkirchen brachte die Polizei schnell. Zitat Polizei Magdeburg, es gab Hinweise, dass sich die Gruppe am Bahnhof auf eine Drittort-Auseinandersetzung vorbereiten könnte. Daher finden derzeit Identitätsfeststellungen der Personen durch die Bundespolizei statt. Dass diese Vermutung nicht komplett weit hergeholt ist, sollten alle wissen, die sich an die letzte Spielzeit erinnern, wo Schalke ebenfalls mit einem motivierten Haufen ohne Polizeibegleitung in MD aufkreuzte und es darauf zu einer minutenlangen Boxerei kam, welche 04 für sich entscheiden konnte. Auch die einheimische Fanhilfe meldete sich zügig zu Bord und war vor Ort. Zitat Fanhilfe Magdeburg, 500 weitgeröste Fans von Schalke 04 sind seit Ankunft in Magdeburg-Herrenkrug von der Polizei festgesetzt und haben keinerlei Chance das Spiel im Stadion zu sehen. Das ist völlig unverhältnismäßig und zippenhaft. Alle Fans werden von der Polizei abgefilmt und kontrolliert. Die Fanhilfe Magdeburg ist solidarisch mit allen Schalker Fans, die hier Opfer von Polizeiwillkür sind. Ob sich weitere Informationen aus der Kontrolle ergeben, bleibt abzuwarten, jedenfalls brüten 400 Schalker weiterhin im Magdeburger Polizeikessel in Herrenkrug. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.